Also Asynchronität ist immer so ein Thema, weil ich hasse es nicht und mag es auch nicht. Aber eigentlich war das wirklich so gut wie, jetzt war es fast kein Thema mehr. Das ist auch schon ein Doppel, aber das war sehr unbündig. Aber gut. Sollte bauen sie ein bisschen Erde, weil die haben ja noch ein bisschen Erde, dann war es schon hier. Soll ich nicht weg, dass wir da ein bisschen terraformen können etc. pp. Vor allem die müssen terraformen, da gibt es alles nichts. Das war's nicht weg. Boah-boah-boah-boah-boah-boah-boah. Bis zum nächsten Mal. 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 Das war's für heute. Ich habe nur noch keine Ahnung, wie diese Farben aussehen soll. Ich hatte mich schon überlegt, ob man das im Dach macht, wo das Glas ist. Also fast nur das Glas. Eigentlich ist das, wenn man die Sonne aufhören kann, dass es meistens noch keine Rolle spielt. Ich weiß. Aber so weiß man, dass das Glas nur frei eingebaut ist. Das ist dann auch rein dazu. Und so kann man das dann auch machen. Was man auf dem Dach quasi macht. Ja, sowas heißt offen jetzt. Also nicht offen im Sinne, sondern einfach, dass man dann quasi mal so vieles macht. Ja. 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 Aber mal gucken, wie wir das alles machen. Also unser Haus sieht auf jeden Fall sehr gut aus, nimmt Form an und Touren an. Wir ändern uns gleich noch ein bisschen anders bauen können, aber gut, das weiß man alles nennen wir nachher, wie sagt man so schön nachher ist man immer schlauer. Dann kann man das auch nicht mehr direkt rückgängig machen, weil man sonst alles abreißen muss. So, da sind wir auch schon fast da. Das Problem ist natürlich jetzt, weil das so unterschiedlich hoch ist, müssen wir mal gucken und da hat er eben ein bisschen Terraform. Das kommt aber alles in meiner Zeit. So, bevor man anfangen reicht. Bevor man anfangen macht irgendwie keinen Wind. Aber wir haben noch jeden Menge zu tun. Wir ändern noch viel. Wir ändern noch viel. Wenn wir auch bald mal Wind tun machen, ob wir auch bald mal machen. Wir machen jetzt gleich wieder mit dem Moment. Wir haben jetzt einen Nachmittag unterrichten, aber ich möchte den Scanner jetzt mit dem Facecam gespielt. Deswegen war ja auch eigentlich mit dem Facecam aufgenommen worden. aber da bin ich vor allem, ich darf sogar halt eine Aufnahmetechnung und dadurch, dass es nur noch ein Asyngrund war, konnte ich das kein anbieten und wollte das kein Anbieter machen, aber bin ich jetzt halt im Moment, also ob es immer moderieren Film. Soll es etwas Secur zu machen? Ja! Soll es sich! It's only Friday night. You bring my Saturdays to life. Come Sunday, will you be my wife? You make me go from Portavis. Come on Monday, don't be such a... 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 Thank God it's only Friday night. You bring my Saturdays to life. Come on Sunday, will you be my wife? You make me go from Portavis. Come on Monday, don't be such a... So, dann wollen wir mal Wasser holen. So, dann wollen wir ungefähr auf gleichem Stand haben. Jetzt ist das für's rüber. Und dann sehen wir vielleicht auch aus. Und das wäre jetzt auch ein bisschen neu. Musik Wenn mal alles gut wäre, dann hätte man auch noch einen Klingel zu tun, das wäre auch kacke Oh, warte, es ist nur noch ein Klingel, das ist nicht gut Musik 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 Musik